So, willkommen zurück und es geht direkt weiter. Wow, unfassbar, für Kohle macht dieser Danny Williams ja echt alles. McWilliams Fisch and Chips, geil. Danny Boy macht Wärmung für Millis, Respekt, echt leckere Pommes. Oha, über Danny und seine Fettfritten müssen wir noch reden. Real Madrid mit dem nächsten 3er Althansa-Spiel, Zufall, nein. Super Real Madrid mit 2-3. Alexander, der beste Mann. Tor, Alexander. Ein Tor, eine Torvorlage. Alexander hält das sehr verspricht weiter so. Ja, im Moment muss man echt sagen, läuft es bei uns. Auf jeden Fall mal bei Hunter. Und wir hoffen, dass wir jetzt mit Williams dann natürlich anknüpfen können und dann vielleicht heute echt es noch schaffen, das entscheidende Spiel gegen Schweden zu bestreiten. Das wäre echt geil. Es ist mittlerweile 1 Uhr nachts. Aber ich denke, ich werde das noch durchziehen. Weil sonst kann ich echt nicht schlafen. Ich will das schaffen und wenn FIFA mir da einen Strich durch die Rechnung macht, dann lösche ich das Spiel direkt. Das könnt ihr aber glauben. Wenn ich da gewinne und nachher die anderen auch gewinnen und ich deshalb raus bin, dann faul ich weg. Wirklich, dann faul ich echt weg. So, hier gibt es nichts Neues. Dann schauen wir mal. Ich denke, jetzt gibt es den Fritten-Skandal bei The Williams. Das Licht stimmt nicht. Ja. Hey. Hey, kannst du dir das Ding da schnappen? Das ist ein Reflektor. Stell dich da hin. Und hindrehen. Gut. Ein Stück weiter. Sehr gut. Sieht aus, dass du heute heiraten. Hi. Ein bisschen höher. Gut. Gut. Okay. Okay, das war's. Danke, Danny. Oh, ja. Kapitel 2. Es gibt also vier Kapitel. Nach Kapitel 2 schauen wir uns auf jeden Fall bei jedem Mal noch die Statistiken an. So, weiter so The Williams. Genauso ein bisschen Profifußballer sich ernähren. Ich hasse ihn. Du bist also die neue Werbefigur von McMillans Frittenbude. The Williams Glückwunsch. Es werden noch viele solcher Deals folgen. Wollt ihr wissen, wie ein echter Kerl aussieht? Dann seht euch die Werbung von The Williams für McMillans Fisch'n'Chips an. Aber jetzt geht's erstmal zum Training. Was wir heute machen? Zweikämpfe. Ist doch herrlich. Saugeil. Das kann ja was werden. Ah nein, wir sind die Stürmer. Okay, ich dachte, die wären die Verteidiger. Stürmer geht auf jeden Fall klar. Oh, toll. Und wieder werden wir exzellent schaffen, ohne dass wir ein Tor geschossen haben. Ah doch, wir haben eins geschossen. Ich will alles zurück. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall eins. Ja, schießt du nur. Zwei Tore haben wir geschossen. Das reicht auch. Oh, jetzt sind wir die Verteidiger. Sehr gut. Oh, nur weil es ein Foul war. Na ja, mit einer Gut kann ich auch leben. So dringend haben wir es ja nicht. Und wieder verbessert. Eine Mann-Deckung und eine Schusskraft. Gutes Training. Für heute war's das. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht runterrutschen in die Auswechselbank. Das ist der Nachteil an seiner arroganten Art. Die Frage ist natürlich jetzt, jetzt geht's gegen Ajax, ne? Ich bin stolz, dass ich das neue Auslängeschenke von McMillans Frittens Bude bin. Holt euch The Williams Special. So, und ja, jetzt geht's gegen Ajax. Wenn wir da gewinnen, die haben auch gegen Donuts gewonnen, ne? Wenn wir da gewinnen, haben wir sieben Punkte. Und sind schon fast safe. Das wäre natürlich geil, besonders wenn wir als Gruppenerster weiterkommen würden. So, wir von McMillans Frittens Bude sind stolz auf unsere Kochkünste. Genauso wie wir unser neues Auslängeschild Premier League Stürmer Danny Williams. Die nächste Chance für The Williams zu glänzen. Ich glaube, das gelingt ihm auch, obwohl die richtige Küche gerade brodelt. Komm, mach ein paar Tore gegen Ajax. Ich gebe mir Mühe. Was haben wir nochmal für Ziele? Naja, so wirre jedes Training. Das ist das Einzige, was wir noch schaffen können. Dann werden wir Publikumsliebling. Wahnsinn. Aber ich denke mal, wenn es gegen West Ham klappt, sind wir schon so gut wie sicher durch. Und dann können wir aufspielen. Natürlich, was natürlich geil wäre. Wir haben dann natürlich auch das letzte Spiel gegen Ajax. Und wenn es dann hier um die Wurst geht, Ajax oder PSG, werden wir definitiv verlieren. Egal was passiert. Dann hauen wir nämlich PSG raus. Wenn wir gegen sie im Rückspiel daheim gewinnen, ist das durchaus möglich. Das wäre nämlich der Puller. Dann ist mir auch egal, ob da Alexander Punkte verliert oder sonst was. Ähm, Williams. Dann werden wir nämlich PSG rausschmeißen. Aber dafür müssen wir heute erst mal hier gegen Ajax gewinnen. Heute freuen wir uns auf das Spiel West Ham United gegen Ajax Amsterdam. Und hier die Aufstellung. Weil anders geht das nicht. Wir müssen auf jeden Fall safe durch sein am letzten Spieltag. Dann kommt Sanchez. Was erwartest du in diesem Spiel von Andrea Monenco? Äh. So schlecht ausgespielt. Durch seine Pässe, aber auch durch den Abschluss. David Merez. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Da unten ist keiner. Verdammt. Verdammte Axt. Andrea Monenco. Gut aufgepasst. Da kommt der an den Ball. Oh, schade. Oh, schade. Elfmeter. Geil. Jetzt müssen wir nach links schießen. Und dann hält der hin. Aber den Elfer, den musst du erst mal machen. Da ist viel Druck. Oh, ja, kann man schon pfeifen. So, The Williams. Jawohl. Wir führen. Williams trifft. Perfekt. Elfmeter. Geil. Kiefer hat doch noch ein Herz. Ein Mann frei. Das war schon mal wichtig, die Führung. Jetzt müssen wir sie ausbauen. Aber natürlich auch wichtig, dass Williams gerade das 1-0 gemacht hat. Dadurch kann der auch wieder ein bisschen glänzen. Oh, schöner Pass. Oh, wie schlecht ausgespielt. Scheiße. So ein, ich hätte fester passen sollen. Das war eine Bombenchance. Wir haben sie weggeschmissen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Westen kommt über die Seite. Ich suche immer wieder die Leute, dass ich mich mir das echt abgenommen habe. Das hat mich bei Kim Hunter schon an den Kopf und dran gekostet. Andréa Malenko. Carlos Sanchez. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Der ist noch heiß. Und das ist der Ballverlust. Komm, Masuaku, den hast du. Holen da. Jetzt müssen sie aufpassen. Geil. Ja, schön eingesetzt von Williams, aber leider nicht mit Erfolg gekrönt. Oh, was war das denn? Komm, mach den Ball nach hinten. Nur mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist jetzt. Schöne. Wird das eine Torchance? Klasse Technik. Super. Jetzt ist Platz für den Konter. Foul. Matthias Delikt. Und da gibt der Freistoß. Kurzgespielt. Gefährlich. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Aber man kann es ja auch mal aus der Distanz versuchen. Wieso nicht? Jetzt Williams. Andrea Malenko. Carlos Sanchez. Jetzt vielleicht. Foul. Klasse dazwischen gegangen. Es war ganz klar ein Foul. David Neres. Die Pfeifen. Manchmal pfeifen sie so klein nicht. Und bei so Sachen ist dann egal. Und für mich ist es auch nur Körpereinsatz. Aber wenn man halt eben sieht, was dazwischen im Spiel mal gepfiffen wird, ist dann das, was ich meine. Keine gute Flanke. Spiel geht mit einem Wurf weiter. Gebt ein Wurf. Ist halt eben geil, wenn es so weiterläuft. Dann sind wir bis jetzt mit West Ham in der Champions League ungeschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Und noch ein weiterer Einwurf. Ich habe gedacht, wir fliegen hier gnadenlos raus. Andrea Malenko. Williams. Jetzt reicht es aber. Schick. Müsste Geld geben. Ja. Er ist wirklich blind, so wie er heißt. Für die Saktion. Geht sie die gelbe Karte. Ja. Und das geht wohl auch. Jetzt wollte ich gerade der Fernseher ausschalten, in dem Moment, wo ich hier den Freistoß schießen. Super. Und hier diesen Pass, weg ist der Ball. Andrea Malenko. Zierk. Jawoll. Endlich pfeift auch mal so, dass wir nicht benachteiligt sind. Sondern der Gegner. Einwandfrei. So, jetzt halten wir das. Oder erhöhen. Und dann haben wir schon einen großen Traum-Foes. Am dritten Spieltag hier in der UEFA Champions Sieg. Und ich finde, das ist bisher ein klasse Spiel. Fängt diesen Ball ab. Wir können schon fast alles safe machen. Überlegt euch das mal. Das könnte der Gelegenheit werden. Er ist frei. Der Kampersitz. Oh, 2-0. Geil. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Geht doch. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Donny van de Beek. Zierk. David Neres. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Ich glaube, das hier sind gerade die goldenen Momente von West Ham. Auch wenn das hier wieder ein Tor wird. Ah, nein. Ajax Samsterdam bekommt die Ecke. West Ham Gruppen 1. Das ist da. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Blind. Feldmann. Jetzt gibt sie eine Ecke. Schauen wir mal, was es so für Anweisungen gibt. Und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zurecht. Super. Alles erfüllt, obwohl ich nicht genau weiß, was uns das bringt. Die kurze Variante. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Da ist die Flanke. Das hätte gefährlich werden können. Philippe Andersson. Jetzt Williams. Ah, schade. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Manuel Lanzini. Andrea Molenko. Er passt gut auf und hat den Ball. Labiat. Tagliafico. Schöne. Donny van de Beek. Sie suchen die Lücke. David Meeres. Jetzt ist der Ball dort auf. Gut aufgepasst und verteidigt. Jawohl. Und jetzt in den Vorwärtsgang. Schöne Vorlage. Und jetzt noch das Tor. Jawohl. Geile Sache. Holen wir zu Hause einfach mal 3-0 Ajax auseinander. Und Williams mit der 10er Wertung. Wahnsinn. Was ist das heute für ein Tag? Wenn ich hier jetzt noch bei der Frauen-WM-Club bin, dann bin ich der glücklichste Mensch. Bei FIFA auf jeden Fall mal. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt vielleicht. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Das war eine Riesenparade gerade. Eine klasse Szene. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Da passt er auf. Francki de Jong. Da Francki de Jong. Geiler Name. Gut als Francki. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Dolberg. Haben wir natürlich schon besser gesehen. Ja, aber klar. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung zu. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auf den Ball. Aber so darf man da einfach nicht reingehen. Korrekt gesehen vom Schiri die Wiederholung beweist. Blind. Donny van der Beek. Gut verteidigt hier. Oh, jetzt haben wir freiwillig den Ball vorgelegt. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Aber egal, ein Gegentor ist jetzt egal. Wir haben es geschafft. Wir dominieren aktuell die Champions League. Auf jeden Fall mal die Gruppenphase. Acht Minuten jetzt noch. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ich hätte gedacht, dass das mal so kommen. Beide Teams auf den Abpfiff. Das war nicht nur das West Ham. Das macht sie noch, dass wir das schaffen. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Schoß. Oh, ho, ho. Das war knapp. Oh, Williams. Das hätte der Hattrick sein können. Was macht der denn? Es hätte so schön... Oh, ey. Hätte so schön werden können. Aber Williams hat sich gedacht, komm, wir demütigen sie nicht noch ein bisschen mehr. Stell euch mal vor, dass wir jetzt das entscheidende Tor gewesen. Alter, ich werde im Dreieck gesprungen. Da verlieren sie den Ball. Williams bereitet lieber mal noch ein Tor vor. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Oh. Sie wollen hier nicht einfach nur gewinnen, sondern nochmal nachlegen. Jetzt werden wir hier aber auch arrogant. Lassen wir hier Chancen liegen. Wir sollen den Gegner nicht noch ärgern. Ziehe ich. Und damit ist der Ball weg. Klasse Zuspiel. Gute Aktion. Weiter gefährlich. Oh, ho, ho. Machen die das eigentlich extra? Na, egal. Wir hätten ja auch 4-5-0 gewinnen können. Aber egal. Williams mit zwei Toren. Oh, wie geil. Und der Torvorlage. Also wenn das mal keine gute Publicity ist, dann weiß ich es auch nicht. Die Leute rennen wahrscheinlich jetzt die Frittenbude ein. Geht mir das gut ab, gerade. Bei mir steht jetzt der Spieler des Tages. Danny Williams. Williams. Oh, ja, Mann. Sie haben recht. Absolut. Man sollte mir den Titel am liebsten gleich geben, oder? Man of the Match. The Williams. Und möge es ewig so bleiben. Naja. Nicht immer. Nein. Nein. Offiziell. Aber ich bin immer der Beste. Danke, Danny. Kein Problem, Mann. Ja, wir gönnen ihm an den Spaß. Wie gesagt, ich werde so Williams arrogant machen. Das ist halt eben so. Es wird sich nicht ändern. Zwei Tore, eine Torvorlage. Und das in der Champions League. Oh, direkt den Wert gesteigert. So, dann schauen wir mal. Ja. Habe ich es mir gedacht. Paris 4-0 gegen Donetsk. Ja, jetzt müssen wir gegen Paris. Was natürlich geil wäre, wenn Ajax gegen Paris gewinnen würde. Das wäre der Ober. Wir schmeißen Paris raus. Es wäre so geil, wenn wir das schaffen könnten. Wäre der Oberhammer. Wo kann ich unterschreiben? Sieben stelle ich? Dafür? Minus 10 Prozent? Ich denke, das dürfte in deinem Budget sein. Wird Zeit, dass du ausziehst. Ging nur mit Vitamin B. Dass mein Kollege das so lange frei halten konnte. Gib uns einen Moment, ja? Für den Preis will ich aber Dina dabei haben, Mann. Jedenfalls. So viel Geld loszueisen dauert eine Weile. Das Geld ist einfach nicht da. Warum hast du es denn so eilig mit diesem Deal, Mann? Stecken da eventuell eigene Interessen hinter? Oh, Williams ist richtig stinkig. Aber, das wäre geil, wenn wir noch gegen Paris gewinnen würden. Würden die rausschmeißen. Das wäre das höchste der Gefühle. Aber, das gibt es dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.